Freunde, wir haben jetzt einen interessanten Beitrag gehört. Die Kollegin ist aus Niederösterreich. Bist du aus Niederösterreich? Ja, anscheinend geflüchtet vor Raiffeisen, Breuerl und EVP und so. Ich schlage vor, sie bekommt Asyl in Wien. Freunde, wir haben hier eine Rede gehört, die man im Fernsehen, in ORF und auch in der Presse nicht erleben kann. Und das erklärt eigentlich auch, warum wir alle da sind. Wir wollen etwas anderes hören, als das, was in den offiziellen Medien steht. Das ist der echte Grund, denn die Mahnwache, das bist du, das bist du und das bist du. Du hast natürlich eine andere Meinung. Jeder hat seine Sehnsüchte, seine Ziele. Aber wir finden in den offiziellen Medien nichts, was sie beantworten kann. Ich habe eine andere Niederösterreich. Sie haben ihn ein necesitaes Ziele. Ich bin ein klein bisschen. Ich habe eine andere Kroentum gesorgt. Über diese Niederösterreich werden können. Vielen Dank.